Hallo und willkommen auch hier bei eure Mutti bei Wanda auf der Sandigen Schlucht gegen wieder Doppelsfall. Ein Meister, ein Dia. Oh, siehst du, dass der Meister ist? War kein Meister? Nein, war kein Meister dabei. Beides Dia. Beides Dia. Dann beides Meister. Nur noch Doppelsfall. Was ist denn hier mit los? Tja, keine Ahnung. Hatten wir die schon mal? Nein. Sagt mir auch nichts. Das ist halt die Frage, was die spielen, ne? Scouten. Wir scouten mit. Du gehst gegen den Scouten. Einos Bruder aus. Ist gut. Guck gleich, ob er einen Dingspass gebaut hat. Einer ist Brudossi. Da musst du aufpassen. Keine Rush kann schon mal vorkommen. Ne, kein Keine Rush. Einer ist Terranor und ich sehe nichts, was er gebaut hat. Der macht dir andere Ram zu, ok? Naja. Na, lass ihn doch. Komm, ein sein BBF liegt dran. Komm ich mir zu dir rüber. Also wieder dein Stalker. Ok. Ja. Ach komm, wir machen schon was an den Klon. Kann ich noch ein Gas klauen? Ja, kann ich noch. Mario. Brauche ja, kann ich nicht. Ne, dann kommt auch keine Fliege. Dann ist es irgendwie tot eigentlich. Ich habe mir die Dings verloren. Ja, das kann es aber abbrechen, weil ich brauche die Trocken. Ja, ist ok. Ja, Kono boostet irgendwas. Einen Stalker, äh Berserker. Mowien hat jetzt einen Weeper. Hier kannst du deine Drohne wieder rüber nehmen. Wo sie denn? Bei mir? Hat sie schon. Was machen die bei dir? Weiß ich doch nicht. Du hast mir eine Drohne geklaut. Ihr habt nicht geliebt Mineralien. Und da ist der Weeper. Hey. Komm schon gleich rüber zu mir. Und dann geht der Weeper. Kommt ihr zu mir? Nein, ist tot gleich. Na dann. Noch mehr Overlords geht doch gar nicht. Ja. Stehe ich auch immer nicht. Oh, ich habe schon wieder einen Ovi. Oh man, ich bin mir gelegt. Das Wichtigste nicht vergessen. Das ist Warp Prison. Schon wieder rüber? Na ja. Immer noch der gleiche. Von mir aus können wir gleich los machen. Wenn es Warp Prison draußen ist. Mit der Morphose abgeschlossen. Pippo tot. Oh, da wird doch noch Overlords falsch. Noch Prisons da. Ist denn hier los. Kann doch gleich Bailing amorten. Und vor. Da ist ein Proxy. Oh, dann holen wir das. Ein Pilot. Ach, das ist nicht so schlimm. Da gehe ich schon mal vor zum Toast. Wir brauchen mehr Mineralien. Na. Kann dir halt nicht helfen, ne? Brauchst du nicht. Lass mich rein. Komm, zeig uns. Hier in die bin ich gut. Ja komm rein 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 rein. Ich will deinen Dings holen, Wobbissen. Ja, da. Aber da verliert er halt alles. Ich weiß. Ich weiß. Hier, ich mach deine Hilfe. Hier, ich mach deine Hilfe. Ja, immer mehr. Immer mehr Overlords. Ich hab doch schon so viele Dinge verloren. Ja, es war aus. Ha, das war easy. Ja, der Push ist anscheinend ziemlich hart. Der ist echt hart, der Push. Da pushen wir uns jetzt einfach hoch. Los. Jetzt sind gleich wieder die A1. Können wir noch eins dranhängen? War ich noch kurz vor. Ja, die zu kurz. Können wir den Borges? Ne, hab ich noch nicht erreicht. Nächstes, nächstes. Oh, 71. 71 MMR bekommen, ne? Ja, das wird jetzt immer höher. Bis wir halt durch sind, ne? Der eine war Teammeister, hab ich gesagt. Echt? Aber das sieht man nicht. Der andere war auch Meister. Und Teammeister. Warum sind immer alle Teammeister? Wir Proxen, äh, wir werden jetzt einfach hoch pushen. Da sind wir, wird doch... Protosteraner! Wuh! Die sind nur Bladin. Was ist denn jetzt los? Ja, was kriegen wir jetzt für Gegner, ey? Die gehen jetzt ab? Oder die haben? Ne, das geht ja auch nicht. Ich kann ja den Bild nicht mehr verändern. Nö. Das würd ich mir auch einen Proxenraum rum machen. Ja. Vielleicht spielen die aber auch nur 2 gegen 2 und pushen hier grad für den übelsten Push. Nach oben. Richtung Meister. Ich mach trotzdem dicht. Geht trotzdem, Scouter. Ich komm mit. Ich glaub mein Bild wird langsam immer besser. Mein Bild wird immer besser. Da kommt ein Scout. Kleiner. Protoster Scout. Na, der will ihnen nur Gas klauen. Das schaffts aber dann meistens nicht, weil es ist viel zu spät da. Weil ich jetzt gleich beide nehme. Die waren vorne dicht. Ganz vorne. Das ist gut. Ich brauch gleich Hilfe. Ja, das wird nur umgehen. Zeig ich's doch. Ja, dann sind wir aber schneller mit unserem Push. Die werden angegriffen. Theoretisch. Kann doch sein, dass wir später dran sind. Kann doch sein, dass wir später dran sind. Die sind nicht schlecht. Ja, ja, ja. Die werden uns wahrscheinlich nur spielen. Oh, was war das? Wir haben produziert jetzt auch schon Marines. Ja, das ist ein All-In-Kompletter. Jo. Daher brauch ich jetzt unbedingt die Stalker. So schnell wie möglich. Und die Schild-Batterie. Vorne. Nein! Ah, haste man den Sonnen erwischt. Meine lebt noch. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich baue auf jeden Fall was gegen Vogelscheiß. Ich baue danach als nächstes Banning-Nest, aber es dauert noch ein bisschen. Einmal Mineralien, bitte. Danke. Könnte ein bisschen spät sein. Ui. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich brauche jetzt noch was. Die Frage, ob die mit Hop kommen. Wahrscheinlich nicht. Die kommt gleich wahrscheinlich mit allem, was sie haben. Wir brauchen mehr Overlord. Wir brauchen mehr Overlord. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, Mutschdauer haben sie. Oh, bei mir kommen sie rein. Hier kommen sie. Ich komme rüber. Boah, das ist ein fetter Rollin. Zeig ich doch. Ich komme. Ich brauche mit wwf's. Jetzt gibt's auf die Fresse. Wir sind noch Dings drinnen. Hast du alles verloren? Ne. Das habe ich gar nicht mitbekommen, die Typis. Alles verloren leider. Ah, da müssen wir vor. Das ist nicht auf der 2 hier. Wenn du Gas brauchst, Gas kann ich dir geben. Hier stehen schon wieder genau die Spiele. Das ist zu viel. Kann ich nachdrücken. Nichts mehr. Ich habe zu viel zu verloren dafür. Ach, du musst auf deine Echo achten. Hm. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Drohnen werden angegriffen. Die Basis. F? WickeANG es? Die Basis? Was ist dein Ego-Arg 8? Jetzt hätten wir es vielleicht geschafft. Oh, das ist zu viel. Was ist dein Ego-Arg 8? Das ist der Ego-Arg 8. Das ist dein Ego-Arg 8. Ja, jetzt machen sie oben alles fertig, machen wir alles. Ja, ich komm rüber. Shit, jetzt geh ich in mir rein. Ich komm runter. Ja, aber trotzdem haben wir zu viel Echo Schaden gemacht, das ist das Problem. Ja. 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 Ich hab die Belohnen, ey. Jetzt kommen sie zu mir rüber. Ja, ich bin eh raus, wenn das Spiel ist, denk mir vorbei. Ich müsste halt komplett wieder alles aufbauen. Ich würde höchstens bei dir hinten die Echse nehmen, aber wir kriegen hier irgendwie. Nee. Da wärst du sicherer, wo ich es nicht dachte. Verstehen sie doch. Ja. Du machst das wohl. Ja, ich brauch ne Echse, ich hab auch keine Reihen dafür. Wenn sie keine Panzer haben, ist alles eigentlich ganz gut. Wenn sie wahrscheinlich bestellen. Oh, mein Mann! Vorfristen. Na, guck mich. 산se Panzer. Tu mir geht das dran. Oh! Oh! Na, hast du wieder aufgebaut? Ja, ich baue mich wieder auf. So, und rein. Ich habe halt jetzt allzu viel. Ich gehe jetzt einfach hoch. Ah, mein Whopper ist mir zu schlecht. Okay. 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 Ich komm und ich hol den Drop. Aaaaah! Shit! Ja da hinten ist doch gut wenn du da bleib. Dann hol ich die mir. Ich muten. Ich geh gleich auf Flieger. Wir brauchen mehr... Wo ist er drauf? Ist er abgehauen? Oh, die Tees! Aaaaah! Ihr habt nicht geliebt, Mineralien. Mein Leben für A.J.O. Oh, mehr Minerals. Ja, Mineralien habe ich jetzt auch gerade nicht gelebt. Bestimmt so Gold geflogen, der Terranor. Hier unten die. Er muss ein paar Linien hinschicken oder Muten. Mein Leben für A.J.O. Mein Leben für A.J.O. Hier ist er doch nicht. Ne ist er doch nicht. Dann zeige ich meine Mut noch nicht unbedingt. Verwendet mich! Der Terranor hat bestimmt nichts mehr. Er hat keine Exe, der Terranor. Wir haben halt 1.000 Truppen, ne? Wer steht? Ja, ich brauche ja auch wieder jetzt Truppen. Ich brauche Voids. Hahaha. Ich brauche eine Exe. Ich brauche die. Ich brauche die. Ich brauche die. Also da hat er vielleicht bei uns hier irgendwo noch... Ach, hier ist der Terranor. Eigentlich nicht. Ne, oder eine Goldwarene. Vielleicht hätte er jetzt hier die genommen. Hm. Ja, da ist er dran. Jetzt nicht mehr. Archons. Archons. Ja, ja, ich habe... Ich brauche Tempo. Shit. Wir brauchen noch zu viel Miner Eigenart. Oder es geht weniger. Wir brauchen Mineralien. Wir brauchen Mineralien. Wir brauchen Mineralien. Es ist erschöpft. Aber es ist ja nett, dass sie mich nochmal ins Spiel wird reinlassen. Es ist echt sehr nett von mir. Ja. Wir brauchen mehr für Spin Gas. Oh, jetzt brauchen wir noch mehr Gas. Wir brauchen mehr für Spin Gas. Dann nehmen wir das doch mal. Theoretisch noch eine Echse, denn ich war ja hinten. Nimm so viele Echsen, wie du kannst. Im Upgrade, so viel ich kann. Das gibt Archons rum. Pass auf, dass die Archons sich nicht erwischen. Wir könnten eigentlich mit den eigenen Waffen killen. Hier ist noch eine Gold-Echse. Warum hat der hier oben keine Echsen mehr genommen? Weiß ich nicht. Aber frag mich jetzt auch nicht warum, das ist mir eigentlich auch recht. Ich glaube, die kommen damit nicht klar, dass wir den Push abgewehrt haben. Mineralienfeld erschöpft. Wir haben die auch gar nicht, oder? Ich nehme immer jetzt mal hier ein Gate raus. Ein Star Gate. Ein normales Gate. Ja. Weil die Gas besitzen, ich weiß nicht mehr. Die können ja auch nicht Echsen. Kontrollieren ja mittlerweile alle Echsen. Da ist was. Die Tür. Da, da, da. Ternrat fear давай. Mit Bund, mein不過. Ja, die Kamera. Okay. Oh, ich glaube, dass wir jetzt nicht richtig sitzen, ich gehe jetzt auf träger ich gehe jetzt auf weiß ich nicht eigentlich könnte ich jetzt mal die mutas komplett wegschmeißen und auf weit was ums rutschen ne ich weiß nicht weg weil es erst mal ja ein bisschen wegschmeißen damage machen oder kommt ein tropen auf jeden fall upgrade soll der 22 schon wenn wir auch wird so die 21 wir hatten ein paar ulys jetzt bauen dann als nächstes mineralienfeld erschöpft metamorphose abgeschlossen eine sonde zu bauen der portet komplett zurück ist sehr gut jetzt bin ich schon wieder weg so kann man auf jeden Fall ein gemütliches spiel daran machen hast du gas übrig? nein bin ich auch mit einem aber bodus wollte jetzt wieder echsen ne? aber ich jetzt vernichtet das ist richtig so wir brauchen mehr overlords ich werde ein wenig gas bei mir kommen sie komplett? ja komplett ich komme das ist verschwendung was er gerade macht soo jetzt gehe ich rauf easy ich brauche nicht mal träger ja komm auch durch pushen ja die haben ja eh nichts mehr ich wollte gerade träger bauen gg was aber ein wundervolles spiel ey ja in diesen folgen wird das jetzt ist egal hauptsache wir haben gewonnen jetzt gab es aber nur 36 immer mehr nicht wie beim letzten ja die waren halt nicht so gut meh die sind dir 2 ne ja durch den push ja durch den push das sehens ja und danach konnten sie nichts mehr danach haben sie nichts mehr ja guck dir mal einen Terraner an wer hat der Armee nichts Ressourcen nichts ja nicht mehr hat er nicht wieder aufgebaut keine ahnung was wir machen ne hat er nicht hingekriegt na gut da würde ich sagen ich war neben uns beim nächsten mal ja bis dahin tschüss 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 und das sind wir aus schon wieder abspann wir hoffen wir irgendwas hat euch gefallen und würden uns freuen wir noch morgen wieder bei uns einschaltet wer hat nichts verpassen wir können natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren oben rechts wenn ihr dann ein anderes bleibt von uns und unten rechts ein StarCraft Projekt dann schaltet auch morgen wieder ein und tschüssi hier oben immer wieder bei unsаться will man da sicher im euch ihr Le deux Untertitelung des ZDF, 2020